Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen GTA Online Challenge. Okay, wir wollen über eure Kommentare reden. Wir haben gerade Montag morgens um 10 Uhr nach dem Super Bowl. Das erste Spiel ist, könnt ihr erkennen, wer von uns den Super Bowl geschaut hat und wer nicht alleine an unseren Augen. Ja, aber nicht so laut, ey. Stress war nicht so. Es war ja witzig, ich bin einfach um 3 oder um halb 3 habe ich mir einfach gedacht, ach guck mal, ob irgendwer im TS ist und Jay war tatsächlich da, weißt du? Ja, aber ich wusste nicht, dass ich da war. Ich habe mich mega erschrocken. Ah, ah, is it easy? No! Holy shit! Nein! Er besiegt uns gerade die erste Welle, oder was? Ja! First down. Oh, jawohl. Ja, Jay, richtig gut. Dankeschön. Dankeschön, Jay. Donald Trump will wieder die Welt für sich haben. Gesundheit, Alter. Dankeschön. Vielleicht ist das so der Nachfolger. Vielleicht ist das der zweite Teil, oder so. Wer weiß. Ja, guck mal. Dann, dann, was soll das dann mit Springfield? Ich dachte, das wäre so wie bei Herr der Ringe oder Star Wars oder sowas. Das würde ich dem nicht sagen. Ganz absichtlich verweigerst. Ich habe Yoda gemalt. Ja, richtig gut. Nein, es wäre getötet worden. Ja, wahrscheinlich Peter. Auf der Straße. Ja, wahrscheinlich Peter, während er gesprochen hat, ja. Echt? Ja. Ja, warum hast du die denn nicht? Ja, weil du der Fahrer bist, du Kackler. Ach so, fällt dir jetzt auf einmal ein, oder was? Hättest du ja ändern können. Äh, ne, 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 Moment. Na, guck mal, fahren wir zum ersten Mal in meinem, äh... Was ist das denn? Warum fährt, warum steht vor meiner, vor meiner Box steht ein fucking Renault? What the fuck? Warum? Ich komme hier nicht raus. Das ist aber scheiße, weil ich will jetzt rein. Ich will raus. Alter, jetzt ist dann dieser Kackpeder, der mir jetzt noch im Weg steht. Alter. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich stehe jetzt hier. Du bist zu beleid, wie geil ist das denn? Ey, erst steht ein Renault vor meiner Box und jetzt ein scheiß Haas, ey. Neun Stück weit nach rechts, nicht mehr auf. Rechts, rechts, ja, okay. Nicht nach links, wieso fährst du nach links? Ich hab rechts gesagt. Alles super. Gas geben und nach rechts. Perfekt, jetzt nicht aus. Stopp! Nein! Hier holen wir es bitte direkt. PS-Leg. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh Gott. Ja, und jetzt geradeaus. Stückchen rechts. Wieso fährst du rückwärts? Nein, auf, auf, rückwärts zu fahren. Nice, nice, nice. Ich hab nie gesagt, rückwärts zu fahren. Okay, dann leih ich immer mal wieder W antippen und nach links lecken. Ah. Ja, Stückchen, Stückchen. Ja, stopp. Oh, stopp. Ja, jetzt Stückchen links. Ja, geradeaus, perfekt. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Okay. Jetzt kommen die links. Oh nein! Ja, geradeaus, weiter, stopp. Wenn das Stückchen rechts raus kommt, kommt hoch. Was war das so? 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 Was war das so geradeaus? Alles gut. Stopp, geradeaus. Jawoll. Was ist denn? Das hätte in 100 Jahren nicht geklopft. Jetzt kürzen wir die Kurve ab. Ja, weiter geradeaus. Perfekt, jetzt ist wieder gut. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Scheiße! Okay, okay scheiße! Warne, Warne, Warne! Ja, so jetzt! Jetzt links! Au scheiße. Wir sind auch mal Seite! Stops apoye Stopp stop 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 Excellent stop 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 Welche Taste ist die Handbremse? Keine Ahnesightsige Handbremse picturesen Ich habe keine Ahnung Welches Taste ist das Handbremse auf dem Scheißquelquet Lauses week Linksjet Ich glaub es, rechts, 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 rechts... Ich hör nichts mehr, Sepp! Rechts, 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 rechts... Start! Alter, Jake, ihr bis zum Aufsinn. Alter, Jake... Oh, nein... Die sind wieder runter. Alle waren so gut wie sonst noch nicht. Was muss ich machen, Sepp? Rückwärtsstück... Ach so, Rückwärtsstück. Rückwärtsstück... Ja, ok. Kral aus... Kral aus, Kral aus, Kral aus, Kral aus, Kral aus... Dir kann nix passieren, du kannst... Stopp, stopp... Okay, reiss, Kral aus, Kral aus, Kral aus... Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay, links, Peter. Links drücken. Geradeaus. Ja, geradeaus. Rechts, rechts, stopp. Geradeaus, rechts. Geradeaus, rechts. Okay, geradeaus. Ja, geradeaus, jawohl, Peter! Peter ist on the road, jetzt, gib Gas! Okay, gib Gas! Oh, scheiße! Fahr! Fahr! Fahr ein bisschen links, ganz klein bisschen. Scheiße, warte mal. Peter, du hast gerade wieder einen kleinen Bestand gemacht. Oh Leute, du musst bei dir gelagten. Oh, da war es hier. Willst du mich verarschen? Nee. Aber keine 20 Bombe für dich. Nö, keine 20 Bombe. Oh Mann, ey. Das ist in Deutschland, ja? Manche Sachen hört sich im Deutschen echt scheiße an. Pass auf, Alter, der Fernseher, der wird richtig geil, Sneaky. Wenn ihr lauter redet, mit Jamie schießen. Weil der ist ja nicht mitbekommen. Alter, verdammte Scheiße. Der ist quasi nicht zu finden. Gute Abend, Alter. Wenn du einfach so auf dem Weg lagst, dann siehst du... Warum kann ich hier nicht weiterlaufen? Was ist das denn, Mensch? Na, Gliedern ist raus? Fick dich! Ich kann hier nicht hoch machen! Boah, jetzt haben wir sie gedreht! Alter, nein! Jawoll! Wir pinnen! Eins, zwei, drei! Gepinnt! Ding, ding, ding! Was ist denn? Wir machen den Punkt! Da unten ist nichts formal! Da unten ist was nicht formal! Ich sehe das genau! Oh Gott! Das ist ja wohl ganz klar der Sieg! Hallo? Oioioi! Wir haben so platt gemacht! Du Wichser! Fuck you! Fuck you! Hey Sepp, können wir das irgendwie anders regeln? Ja, du kannst Jay behalten! Du kannst Jay behalten! Wie wärs, wenn du nicht auf mich schießt? Warte! Au! Aber guck mal, von den Sachen, die bei Lorenz Snack Hits dabei sind. Was bei mir überall übrig bleibt, sind die ersten Erdnussflocken. Die Klaps sind doch auch geil! Das ist alles geil! Das schmecken immer so, als wenn ich an meinen Füßen lecken würde! Ich glaub nicht, dass du da dran kommst! Hey Jay, woher weißt du denn, wie deine Füße schmecken, ey? Ich hab immer die mal mit, weißt du, mal gucken, was Jay wieder als erstes weg ist. Ich hoffe, dass ich dann auch da vorstelle, die Köppeldinger, die schmecken aber nicht. Ein E wie... Achso, ein E wie Ergasmus. Moment. Okay, ein E wie Ergasmus. Ja, cool hart. Ja, cool hart. Ja, genau. Ha! Oh, läuft! Ha! Nein! Nein! Ja. Prambe, du geile Sau! Oh shit! Nein! Ich hatte kein Baumaterial mehr! Nein! Du wolltest Pramdown! Bitte uns! Boah, Alter! Hallo! Tschüss Jay! Was war das jetzt für eine Aktion? Komm mal mit! Oh ja! Wird knackter sogar, oder? Ich glaube, fehlt noch ein Fenster zu. Genau! Ein Mikro aus dem Fenster geil! Hallo! Schreit mal! Er zieht aber auch seinen ganzen Pulli, zieht aber auch am Mikro vorbei. Sorry Jungs! Wow! Okay, dann darf ich dir jetzt überlegen. Ich werde nicht drauf kommen weiter. Okay. Dann, ähm, Christian, du darfst einen Konsonanten dir entscheiden. Äh, müssen raus suchen. Ich entscheide mir, ähm, das N. Ja, alles klar. Was? Dann ist leider nicht dabei, das N. Weil, was schon draußen ist, wirklich am einen Pram ist. Ja, komm! Komm! Dann nehm ich das N! Wann stimmt der nicht mit euch? No, Mann! Egal! Egal! Na, ich wurde auch irgendwie... Inaktivität gekickt. Na, nice up! Zurecht, Jungs! Zurecht! Pram verdient geworden auf Pram. Du hast gewonnen! Ja, nice! Nur weil ich noch mal ein bisschen geiles Training gemacht hab mit IMI. Hast du das gesehen? Wie lächerlich war das, ey! Was war das denn? Ja, dann ist nur verdient. Gott, ein grandioses Ende. Das find ich gut so. Das hat ja bisher nicht mal Jay hingekriegt wegen Inaktivität gekriegt. Ja, das will ich auch mal sagen, ja. So hart gekämmt hat echt noch niemand. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat's gefahren. Ja, ich hoffe, euch hat's gefahren. Lass es uns wissen bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao! Ciao!